Weißt du was, du bist ein richtiges Arschloch. Ich wollte hier mit dir leben! Du brauchst mich! Du brennst mich ins Kapitel, ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug! Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffir? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldstimme? Und meine Haare in deinem Tagebuch? Wo hast du denn die Obdär? Mit dem einer Scheißspinze hat, mit dem Zeit aus dem Warnitz oder mitzucht oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels! Und ich werde dich drehen. Ich werde dich drehen. Ich werde dich drehen. Zu den Weg! Untertitelung des ZDF, 2020